Ja, bitte? Ich hätte gerne... Wir haben diese Woche eine Food Promotion von Yoda 3. Sie bekommt zwei Mid-Syles-Aldoran-Shakes und zwei Wookie-licious-Raps zum Preis von einem Vader-Cookie. Vielen Dank, aber ich möchte... Haben du sie musst! Ich möchte einfach nur einmal Popcorn, einmal Nachos Diabolo, eine Cola und ein Wasser-Medium. Small, Medium oder Maxi? Das Wasser oder die Cola. Also beides Medium. Cola haben wir nicht als Medium. Da müssen Sie die Kohlensäure schon selbst rausrühren. Nein, die Größe. Wasser-Medium als Medium-Größe. Die Cola-Normal-Medium. Cola entweder normal oder Medium. Was denn nun? Cola-Medium! Wollen Sie ein Strohhem-Upgrade? Ich will nur einen gottverdammten Strohhalm. Die Cola also... Beide Getränke mit Strohhalm. Ist ja gut. Beruhigen Sie sich oder ich muss die Security rufen. Die Popcorn süß oder salzig? Klein, mittel oder groß? Süß, Medium. Bei Popcorn gibt es nur klein, mittel, groß. Popcorn süß, klein. Die Nachos bitte Medium oder Mittel? Die Nachos gibt es nur in Pequeño, Medio, Grande oder Dios Mio. Nachos, Medio. Malt, Hot, Ayayay oder Ay Caramba. Ay Caramba. Das macht dann 36,56. Wie bitte? 36,56. Das kostet ja mehr als der eigentliche Eintritt. Ich verkaufe hier nur. Wollen Sie den General Fruit Associate Leader Chief sprechen? Ich will den Film sehen. Meine Freundin wartet schon auf mich. Ihre Lebensgeschichte darf ich aus Datenschutzgründen nicht hören. Bitte zahlen Sie einfach. Vielen Dank. Moment, hier. Mist, nur 35 Euro. Kann ich mit Karte zahlen? Haben Sie eine Payback-Karte mit Punkten? Nein, nur eine EC-Karte. Tut mir leicht, das EC-Terminal ist kaputt. Das nennt sich übrigens jetzt Girocard. Alternativen? Amex, Dynos Club, Visa, Paypal, Direktüberweisung, Zahngold, Rechnung? Visa. Das kostet 4,32 Euro Handlingsgebühr. Mit Payback-Karte in Feldgebühr. Wollen Sie hier einen Antrag ausfüllen? Sie bekommen eine Tüte Gummibärchen als Bonus-Giveaway. Jetzt machen Sie schon. Ich will jetzt endlich diesen Film sehen. Security, bitte zum Point of Sale Alpha, Code Red. Warten Sie, Moment, ich zahl ja schon. Na gut, ich mache eine Ausnahme. Karte, bitte. Security, Code Red aufgehoben. Status neutral. Ziehen Sie sich zurück. mente cavalier. Also, Settings haben wir� in Ordnungen. Dość sicherlich. Sie bin Ordnungen. Sie sind ein Ultronensbru Bethseth. Wie Sie im Karte des HerzensESSstädte.